Na Leute, kleines Kurzvideo, wir wollen mal eine kleine Ankündigung machen. Alter, da drüben ist eine Eisdiele. Ich würde mir kurz ein Eis holen, macht ihr das. Toll. Weißt du, wir wollen hier einmal ein Video machen und Daniel mit dabei haben, aber ne. Auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ob ihr mich erkennt. Ich sehe übelst gut aus. Atombombe Testgebiet! Und ja, je nachdem, ob ihr das erkennt oder nicht, wisst ihr halt, was demnächst irgendwie kommt. Davor kommt noch was anderes. Tronimal ist ja Shit übrigens.